sass hallo ich habe nur noch drei gigabyte frei das reicht für eine folge ja ja reicht genau für eine das reicht sogar für anderthalb aber du willst ja nicht gerade doch doch das soll man so tun das hat man mir mal gesagt dass das das beste ist was man einem windows pc antun kann ach so ja dann weil er weiß ich schon nie was er tun soll mit dem speicher und dann kann der nichts mehr tun und dann habe ich schon wieder die entscheidung abgenommen im pc ja genau ach so das habe ich gar nicht bedacht geil allerdings big brain so ich mein jetzt irgendwas dummes die folge irgendwas dummes ich baue das ihr wegshaus alles offline alles offline kein bock darauf dass jetzt zu machen was dummes die folge ich geh jetzt ins end das ist dumm ja so 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 Guten Tag Ah, ich hab euch gar nicht angeguckt Was meint ihr von mir? Ah Der Schallfaden Was? Achso, du hast Looting Ja, mit Looting sowieso Das kann natürlich auch sein Vier Stück pro Enderman kriegt man schon Der Drollf vier Stück Das sind ja noch Modifier Da könnte ich ja noch ein Looting drauf machen Wenn ich mir den Enderman-Kopf aufsetzt, dann kann ich die angucken, oder? Einer von euch Einer von 80 Millionen Oh Ich farme... Ah, yes Ich weiß, was ich tue Ich farme jetzt Was ist denn ein Celestine-Crystal? Kann man mit denen irgendwas anfangen? Keine Ahnung Doch, aber da konnte man die noch anfangen... Was mit denen anfangen Und da hießen die noch anders Konntest du mal aus den... Ja, da gab's auch mal einen Ärzt Und also Von irgendeiner Mod Und da konnte man Rüstung mitmachen Aber das haben die rausgemacht Weil die Rüstung hat überhaupt nichts gebracht In dem Neter-Sturm in den Neter zu gehen War einer meiner smartesten Entscheidungen Hier ist auch Endsturm Endgeilester Sturm hier Und hier mich mit Enderperlen rumzuwerfen War auch ne gute Idee Hm Wollen die Endermänner hier eigentlich neu? Habe ich gerade mal befreit Ja, tun sie Hier ist alles, was hier rum Keucht und fleucht Schau, ist das Das ist Oh, der bringt uns Ah Ah Der hat ja gar nichts gedroppt Was packt's eigentlich? Ja, das muss jetzt erstmal lange mit Enderperlen Hm There is no Oh, man behält ja seine Level Warum sollte man die verlieren? In der 1-7 hat man immer die Level verloren, wenn man im End war Nee Doch, die waren immer weg, wenn ich im End war Nein Ja, bei dir Bei mir nie Das ist dein Problem You simply Less Value Alter Alter So Äh Haben wir den oben nicht noch? Ach Ah Skull Heißen die Warum hab ich da so wenig von? Sass Warum hab ich? Ich bin gerade über dein Haus drüber geflogen Warum fliegst du immer über mein Haus drüber? Weil deine Wüste da hinten ist, die brauch ich mal eben Wofür? Kaktus Warum brauchst du Kaktus? Eigentlich Treibsand, den wollte ich in deinem Haus verteilen Okay Das ist aber illegal Vielen Dank Vielen Dank Nach Hause Ah Du hast einen Wither gespawnt Yes Du hast ein Gewächshaus gebaut Noch nicht ganz Noch nicht ganz Sieht mir aber ganz aus Ah Einen Stern, der deinen Namen trägt Das ist aber schon teuer, ne? Aber diese ganzen Gläser und Gläser, die möchte ich nicht putzen wollen Tja Deswegen sind ja noch nicht alle drin Weil ich will die ja noch nicht alle putzen Sag mal Hey Wird nichts abgebaut Keine Sprengungen durchgeführt Wie kommt man hier wieder raus? Gar nicht Das ist das Labyrinth, was ich gebaut habe Es wurde erschaffen, um Dich davon abzuhalten Über die Du stirbst jetzt jedes Mal, wenn du über die Decke reingehst Bleib raus Okay Das ist nicht deine Entfernung Danke Danke Hat es dich gefreut? Mhm Hat es Spaß gemacht? Mhm Hast du Hast du Hast du eigentlich noch Peps? Hast du noch Peps? Haben wir noch Peps da? Grrrh Mh 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 Sonst 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 Ist noch alles Schisch im Kopf, oder? Mh 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 Was ist das so? Soulbound Ueh, Laporte Püt Was? Redstone Gold und Glowstone The Three Horsemen Kann ich es mir leisten, mein Jetpack aufzuladen? Nein Ja, Microsoft, ich möchte immer noch Firefox als mein Standard Lass mich in Ruhe Wann kommt das jetzt schon als Benachrichtigung, wenn ich nicht mal den Browser offen habe? Ja Verständlich, dass du auch nachts aufwachst und dir denkst Scheiße, will ich Firefox wirklich noch als Standardbrowser benutzen? Nö Nö Nachts Nämlich immer den Firefox Nightly Nö Okay Glowstone Ähm... Ich hab ganz vergessen, was ich machen wollte Ach so, Solar Panels Und zwar Octetic Capacitor Und Basic Capacitor Und so Und dieses Und jenes Und dafür brauchen wir ja sicher das pulverisierte Coal hier Was fehlt da schon? Was fehlt da schon? Double Player Ah Ja sicher Ja sicherlich Okay Wieso wächst die Schaßen hier immer? Ich bin das immer am wegmachen Glowstone Ja hakt's Alter Das ist ja teuer Hast doch grad gefarmt, hast du da jetzt genürgert Alter, das ist wirklich teuer Das ist nicht zum Sporfen Doch eigentlich schon Abused Quarz 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 Netter Quarz Habe ich ja auch nicht mehr da Zola Panel Aber eins können wir glaub ich machen Nö Aber auch Netter Quarz Das ist ja richtig geil Glowstone Glowstone Ähm Gold Hm Redstone wird langsam Zeit für Autocrafting Wollt irgendwas dummes machen die Folge? Ich weiß nicht was Kann ich die machen? 14 Liter Kann ich die machen? Uh Ha Die könnte man ja mal machen Kann man das wirklich? Brauchen wir das auf jeden Fall Ja das ist dumm das an der Decke zu fahren Ich weiß So Das ist ja extrem dumm das an der Decke zu fahren Ok Dann machen wir das nicht Aber es gibt von den Schmanien noch sicherlich genug Oh shit Sicherlich genug an Land Ja sicherlich Ups Ups Und auf dieser großen Verzweiflung Es ist Zeit zu enden Was? Thank you so Nicht Ich muss kurz das noch Fast fertig machen Warum nur fast? Ja dass ich das dann schön auf die nächste Folge verschieben kann Achso dass du was zu tun hast verstehe Yes Yes Cause I'm a bitch Es wird doch langsam mal Zeit die Quarry aufzustellen im Nähte Nein Nicht Ja das ist ein Problem für die nächste Folge hätte ich gesagt Bis dahin auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Tschüss